Oh, sie haben eine geschafft, bin ich ehrlich, jetzt muss ich aufpassen, ach komm mal runter, ja komm runter hier, komm, runter mit dir, nein Oh, jetzt fällt der nächste an zu T-Bag, ne? Hallöchen, Papi ist hier, sehr gut, ach, sie hab ich schon gesucht, oh yes, Sir Wir Morin So, alle, die jetzt gerade die Runde zuvor gesehen haben, die erste Folge, hier haben wir schon die zweite Folge, jetzt hab ich mich mal ein bisschen beschäftigt mit so ein paar Sachen hier Ey, da, ganz ehrlich, ich hab hier, ich glaub, ich hab hier mit verstörend, war glaube ich nicht der beste Trait, but that is the perk Ähm, ich bin gerade dabei, ein bisschen zu gucken, also hier, ich muss sagen, eiserner Griff, Sieg, äh, äh, eisern bin ich auf jeden Fall, Union Ja, äh, schöne Grüße Und, ähm, jo, ich hab, ich hab mega Bock, warte mal, ich hab mega Bock Warte mal, ich komm mal kurz auf meine Aufnahme, genau, passt, läuft So, dann haben wir hier, jetzt haben wir immer eine Präsenz Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wenn ihr Ideen habt für den Trapper, welche Perks man spielen kann für den Trapper Ey, immer rein in die Kommentare, ja, immer rein in die Kommentare, aber ich glaub, verstörend war nicht das Beste Ja, bin ich dabei Ey, Abfahrt, los geht's, let's go, Papa geht in die nächste Runde, TBD, Killer Oh, ja, wir warten mal, eine Runde und schauen mal, Abfahrt, ich hab Bock, ich hab Bock Oha, Tempel der Reinigung, na, den kenn ich, die Karte kenn ich, glaub ich schon Regnet ein bisschen, so, wir gucken erstmal uns mal ein bisschen um Erstmal bauen wir hier Guck mal, hier bauen wir schon mal gleich hier inne hin Pahle zurücksetzen, wunderbar Wir gehen mal so außen lang So außen lang Können hier eine Pahle hinsetzen, sehe ich genauso Guck mal, da wird schon einer gemacht, sieht der das, da die Lampen da um Hier war noch einer dran Da war doch grad einer Habt ihr euch gehört Ja, jetzt hört was Morgen Morgen Bin der Herr Dracul Wer sind Sie? Kommt ihr mal raus hier? Sie haben keine Ver... Oh, 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 oh Nicht so Das ist schon der Nächste hier, der mich hier blenden will Warum? So Nicht immer gleich blenden Ich hab die Sonnenbrille auf Ich bin ein Vampir So Mach mal hier Ranpippen hier Zack, zack Halt gelernt Jetzt einmal so Und hier So, aber die ist ja in der Nähe, die andere Wo warst du gerade? Die war doch noch eine zweite Junge Dame Hm Hallöchen Jetzt machst du gleich ein normales Spiel Hallo, bin Herr Dracul Wer sind Sie? Die haben ja wieder keine Fahrkarte Okay, machen wir zweimal Ja, machen wir ein Spielchen zweimal Ran in den Haken So fällt ja die Runde schon gut an Wo ist die andere? Aber gehört doch hier was Wo bist du? Junge Dame Junge Dame Ach da Morgen Ja, wir lassen uns in Ruhe Wir lassen uns in Ruhe Lassen uns mal kurz heilen Ja, ja, ich bin hier dracul Kommen Sie, komm in den Raum Jetzt Los geht's Oh Jetzt haben wir dich aber Ruf mit dir Das war die Das war die Das war die Ich muss aber auch anders hin Jetzt kann ich immer nur die Die beiden hier machen Einmal ran in den Haken Ey, das wird ja nicht schon wieder Hier reingegangen sein, oder? Das wird ja nicht schon wieder Hier reingegangen sein Ah nee, okay Das drittes Mal hat sie nicht gemacht Oh, das soll man marschen Wir müssen jetzt mal zum nächsten Mal hier App hier Junge Dame Nicht mal Barbie Oh, wo bist du denn hin? Oh, wo bist du denn hin? Ah Bleiben sie hier Richtig, ich höre Aber wir gehen runter in den Keller, ne? Das ist ja klar Wir gehen in den Keller Ja Na, wir gehen Oh Gott, wo ist denn hier? Oh Gott Ist ja kein Hier ist kein Haken Na gut Na gut Bevor wir jetzt hier Ach Mist Ja, 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 ja Alles gut War meine Schuld Was ist denn alle hier draußen? War meine Schuld Ey, komm Wir müssen jetzt mal ranhängen Wir müssen jetzt ranhängen Wir müssen jetzt ranhängen Aber jetzt schon So Einmal rüber hier Wir müssen mal kurz pippen hier So Aber jetzt ist gut Jetzt, jetzt Ey Oh, nee, 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 nee Ach, Mann Geh weg Ja, sei gut Nein Würde nicht ins Licht gucken Bin scheu Zack So Wo war die hier Da ist er Ja, kannst du was machen Komm Nö, nö, nee Wie renne ich weg? Wir haben noch keine Wo wir eine Nicht eine Gen haben sie gemacht Komm, wir machen noch eine Falle umstellen hier Oder Die wusste, hör ich nicht Einmal Falle wieder Aktivieren hier Machen wir Jetzt stellen wir irgendwo hier... Wo war denn du? Da. Oh Gott. Ich muss da ran. Ich muss da hin. Renne. Trapper, renne. Morgen. Hallöchen. Wie war die Falle? Ich hoffe, die hat wehtan. So. Ja. Ich werde wahrscheinlich jetzt drum abhängen. Wir müssen die leider hier ranbringen, hier. An den Haken. Und ich muss die Falle wieder hinbauen. So. Morgen, Sir. Einmal ran. So. Haben sie sich den Router geholt. Passt. Passt. Und unten den. Da muss ich unten nochmal hin. So. Guten Morgen. Wollen Sie bitte mit? Ja. Geh weg von mir. Fass mich nicht an. Wir müssen da hin. Wir kommen gleich zu Ihnen. Wir kommen gleich zu Ihnen. An den Haken. Morgen. Hier hat's. Oh. Jetzt müssen wir nochmal runter. Den müssen wir noch püppen. Da unten. Weil der ist ziemlich kaputt schon. Da müssen wir nochmal ran. So. Wo ist hier jemand rein gelaufen? Mist. Ich muss sagen. Klar, ich bin wahrscheinlich noch nicht in den höchsten, in den höchsten MMR, aber macht Spaß. Guck mal, hier ist das Innen. Schon wieder oben, in der. Die werden versuchen jetzt immer wieder unten den zu machen. Oh, da ist er noch. Ja, ja, ich komme. Ich komme. Du und ich. Hab verstanden. Ich muss gucken, welchen. Oh Mann, hier haben wir noch. Hier können wir noch eine Falle entstellen. Oh Gott. Das ist anspruchsvoller hier. Oh, sie haben eine geschafft. Finde ich ehrlich. Jetzt muss ich aufpassen. Ach, komm mal, komm mal runter. Ja, komm runter hier. Komm. Runter mit dir. Nein. Oh, jetzt fängt der nächste an zu T-Backen, ne? Ihr wohnt nicht in T-Backen. Oh. Ihr wohnt nicht in T-Backen. Mein Papa. Hast du gut gemacht, aber mein Papa wohnt nicht in T-Backen. Das machen wir nicht, ne? T-Backen kann Papi nicht leihen. So. Ach so, die möchte ich gar nicht mehr. Die ist schön alleinig. Unten haben wir noch einen. Wir T-Backen hier nicht, ne? Wir T-Backen hier nicht. Oh, jetzt fehlt uns nur noch Nicoletta. Ne, Nicola, Tesla. Ach so. Nicola, Tesla. Ah shit. Jetzt muss ich schnell die Dings finden hier, ne? Ah, nicht, dass ich wieder die Luke finden hier. Ich möchte den letzten Morin. Ich möchte den letzten Morin. Zu, ne Ding. Nicht mehr Papi. Ah, schau mal. So. Können wir da auch wie ne Falle hinbauen? Hallöchen. Wo ist denn der? Der Kapitel-Fall mehr? Bei Curry auch niemanden mehr, ne? Aber wo bist du denn, Nicoletta? Nein, das ist mein Herr Tesla. Also hier ist ja Frau Tesla. Frau Tesla. Wo sind sie? Ist Frau Tesla nicht mehr da? Nicht mehr anwesend? Oh. Da ist Frau Tesla. Hallöchen. Papi, ist hier? Sehr gut. Ach, sie haben schon gesucht. Oh, yes, Sir. Wir Morin. Woo. Das ist ne erfolgreiche Runde. Das ist ne erfolgreiche Runde, würd ich sagen. Alter, aber das ist ne Megarunde. Das ist ja ne Megarunde. Ey, haut in die Kommentare. Geil. Ey, bin sehr zufrieden. Uh, 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 uh. Also Papi hat sich alle getränkt, ne? Papi hat sich alle getränkt. Sehr, sehr gut. Ja, bin echt total zufrieden. Ja, ich würd sagen, wie verhaltet ihr die Runde? Hab in die Kommentare, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst einfach ein Abo da. Würde mich freuen. Ich hatte richtig Bock drauf. Ja, ich würd euch sehr, sehr danken. Jetzt macht Spaß beiseite. Ich würd euch sehr, sehr danken, wenn ihr ein Follow da habt, also ein Abonant, sag mal ein Follow, ist von Twitch, ne? Wenn ihr ein Abo hier lässt, kostenfrei. Ihr müsst nichts bezahlen, nichts. Wollt mich aber glücklich machen. Warum? Wir wollen die tausend, die tausend Abonnenten auf YouTube schaffen, um einfach, ähm, vielleicht so eine Art Partnerschall zu bekommen. Ja, cool. Wenn ihr euch gefallen habt hier, das Gameplay, hier, oder live on Twitch. Papa ist überall da. Batrako hier, Batrako da. Ich würd mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Man beißt sich. Oh yes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.